Diese Maschine übernimmt 9 Arbeitsschritte und braucht dafür weniger als 2 Sekunden. Das ist Prozessautomation. Geplant, gebaut und programmiert wurde sie vollständig von uns, der LCA Automation. Vermutlich möchten Sie nicht 8 Stunden pro Tag winzige Zahnräder fetten. Ihm hier macht das nichts aus. Genau deshalb bauen wir Industrieanlagen. Möchten Sie Ihr Produkt automatisiert herstellen? Wir finden die effizienteste Lösung dafür und bauen eine Maschine, die das genauso macht. Ein perfektes Zusammenspiel von Engineering, Beschaffung, Konstruktion und Software ist dafür das A und O. Ganz egal ob Rundtaktanlage, Prüfstand, Teilautomation oder verkettete Anlagen. Als Generalunternehmer unterstützen wir Sie im kompletten Prozess bis zur weltweiten Inbetriebnahme. Den meisten ist gar nicht bewusst, wo unsere LCA-Maschinen überall anzutreffen sind. Vielleicht haben Sie auf YouTube schon mal den Beton-3D-Drucker gesehen. Der ist beispielsweise auch von uns. Gebaut und programmiert wurde er, wie auch alle unsere anderen Maschinen, in Küssnacht. Hier kombinieren wir mehrachsige Roboterarme, Kamerasysteme, Laser, Handlingsysteme und Taktbänder, damit auch komplexe Abläufe automatisiert werden können. Besonders stolz sind wir auf unsere qualitäts- und sicherheitsrelevanten Prozesse und auf LCA Vision. Ein System, das mit Kameras selbstständig Position und Qualitätsmerkmale von Teilen erkennen und zuordnen kann. Sobald eine Maschine läuft, wird sie getestet, dann wieder abgebaut, verschickt und bei Ihnen in Betrieb genommen. Und das machen wir schon seit 50 Jahren. Ja, ja, also, das mag ich mich erinnern, was wir das gemacht haben. Wir sind einfach wirklich ein gutes Team gewesen. CAD, Janik, das war mir sehr nie. Da hat man mal eine Skizze gemacht und hat es mir kaum erzählt, wie man sich das vorstellt. So machen wir das heute natürlich nicht mehr. Der Prozess hat sich besonders in den letzten 15 Jahren stark verändert. Was wir dazu mal gebaut haben, kannst du natürlich nicht mehr vergleichen mit dem, was heute gebaut wird. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Viele Maschinen aus unserer Anfangszeit sind bis heute im Einsatz. Denn alle unsere LCA-Maschinen sind auf jahrelangen Dauerbetrieb ausgelegt. Allfällige Probleme können wir für sie bequem per Fernzugriff lösen. Und wenn an einer Maschine mal etwas umgebaut oder erweitert werden muss, sind wir mit zwei zusätzlichen Teams spezialisiert auf die lokalen Märkte auf der ganzen Welt zur Stelle. Klar sind wir stolz darauf, auf unsere 50-jährige Firmengeschichte zurückzublicken, haben aber natürlich auch grosse Pläne für die Zukunft. Ohne permanente Weiterentwicklung ist das gar nicht möglich, in einer technischen Industrie sich so lange zu behaupten. Die Highlights sind ganz klar der Erfolg. Jede Anlage, die draussen ist, die die LCA gebaut hat, produziert erfolgreich. Die LCA wird in den nächsten Jahren vor allem die Steuerungstechnik, die Inbetriebnahme, die Prozesstechnik, die Lösungsfindung vorantreiben. Und wir sind fest überzeugt, dass wir auch in den nächsten 50 Jahren so den besten auf dem Fachgebiet gehören. Kontaktieren Sie uns, um Ihre technischen Herausforderungen mit uns zu besprechen.